Gut, dann habe ich doch keinen Titelkampf bekommen. Aber irgendeine Sequenz kommt. Oha. Ne, es kommt nichts. Wunderbar. Für dich. What the fuck? Und alle bei Raw. Boah, jetzt haben wir schon... Nein, nicht mehr die Storyline mit ECW. Bitte nicht. Mit Kenny. Hey, ich muss auch mit Fußvolk gewinnen können. Mann, 82% Gegentenbrot. Komm, ich kriege das doch jetzt langsam hin. Oder auch nicht. Scheiße. Eieiei. Nein, ich werde erst aufgeben, wenn das Spiel durch ist. Punkt. Okay, sind alle wieder am Pumpen. Oh, gut hatte Jeff Hardy. Oh. Der pre... Ich sauf mir mein Hirn weg. Und Alkohol... Ne, Alkohol, Schmerzmittel und so. Hat er Probleme gehabt. Oder hat. Ach ja, schade. Schade. Swat and Dawn, Riss by the Wind und Tristoff hättet er auch, wie sein Bruder. Mhm, 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 mhm. Ja, ich bin ein toller Superstar, der keinen Titelkampf bekommen hat. Wie kann das... Oh. Weil ich die Hilfe von Edge und Nitro, glaub ich, angenommen hab, ne? Ihr Wichser. Ne, Kenny brauch ich mir jetzt nicht angucken. Also da kann ich auch drauf verzichten. Ich hätte viel lieber Dings als Partner. Mr. Kennedy. Oh, Burning My Light heißt, glaub ich, das Lied von dem... Oh, geil. Okay. Okay, genug, äh... In Nostalgie. Verbracht. Okay, nächstes Papiervue ist dann... Was war... Was kann das denn was werden? Oh, ich hab keine Ahnung. Ich muss aber irgendwas wieder gewinnen. Irgendein T-Siel muss ich gewinnen langsam. Reicht nur irgendwann, ne? Ich bin nur am Gewinn. Und trotzdem krieg ich keine Titelchance. Ist ja wunderbar. So, komm jetzt hier. Hopp, hopp, hopp. Och, wenn der Spinn nicht langer Laden würde. Oh, er konnte natürlich schon wieder alles. Ja, ist ja okay. Ey, was soll ich jetzt aus, Wichser? Oh, da hatte ich kurz Gleichgewichtsprobleme. Mein Gott. Oh, boy. War das schon auf dem Oberkörper? Flieg. Wunderbar. Scheiße, ich glaub, wenn die Orten hält ein bisschen zu viel aus, ne, in einem Spiel? Muss klar. Ich hab schon einen Finisher? LOL. Hä? Das ging schnell. So, das ist die Frage. Geht er durch? Geht er durch? Geht er durch? Oh, shit. Der geht ja auch durch. Weg da, Raph. Der spielt immer ein Gefühl, ne? Wie, wo? Der spielt mit meinen Nerven, besser gesagt. So, Elbow von oben. Obersten Seil. Bam. So, Standing Moonshirt nochmal hinterher. Jetzt flieg ich von oben. Jep, 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 jep. Das könnte schon gewesen sein. Oh, da gucken wir mal. Hm, da gucken wir mal. Das war's schon. Der nächste Sieg. Tja, welche Storyline kommt jetzt? Oh, hätte ich das Smackdown-Angebot doch annehmen sollen. Ich wäre da angeblich ein großer Star gewesen, ne? Oh, toll. Aber ich hatte den Royalty Royale-Titel schon. Ach, naja. Och, nicht schon wieder zwei Jahre. Och, nö. Nein. Was soll denn das jetzt hier? Der legt sich mit dem an. Oh, oh. Oh, shit. Okay, es ist quasi wieder so, dass ECW einmarschiert. Aber diesmal anders. Ich sehe einen roten Faden im Spiel. Hier wird oft, äh, Kampf der Brands großgeschrieben. ECW Monster auf der Jagd, ja. Der kann so viel auf der Jagd, wer will. Ich mache den gleich fertig. Popularität ist wirklich schrumpft. Meine Güte. Frage, steigt mein Dings eigentlich? Oh, 50 Prozent. Gesamtsteigt mittlerweile. Oh, wunderbar. Äh, Events. Film drin geht immer. Oh, everybody is out coming around. Wie viel Popularität kriege ich? Null. Ich muss mich verarschen. Ich muss mich jetzt veräppeln. 79 Prozent. Was soll denn das, Mann? Was soll denn das? Ohne Erschöpfung zu was kennen. Geht immer. Zwei Fanburger, hey. 83, naja, besser als nichts. So, nächstes Papier wird's anvergiven. Interessant. Was steht an? Oh, shit. Eins gegen eins gegen Nashley. Okay. Okie dokie. Scheinbar wird sich das Spiel doch noch bis WrestleMania ziehen. Denke ich mal. Come around, come around. Ich glaube, der Soundtrack in 2009 war auch nicht so schlecht. Aber nicht mehr so gut. New Orleans, Louisiana. New Orleans, meine absolute Lieblingsstadt. Bestes Football-Team. Also, momentan nicht, aber... Mein bestes Fußball-Team. Football-Team, nicht Fußball-Team. Mein Gott. Der war ein All-American Offensive Lineman. Division 3. Näää, Division 3 ist... Nää, ja gut. Immerhin, ne? Du denkst, du kennst mich. Du, 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 du. On this day... I see clearly. Mein Name ist Finn. Nää, äh, äh, falscher Typ. So, zweitest Match kriege ich auch noch ein. Vielleicht kriege ich auch noch drei rein. Who knows? Wenn's nicht mal so lange laden würde, hätte ich easy drei Matches pro Folge gemacht. Hm. Eric Bischof. So, jetzt geht's ab. Och, komm. Immer der erste Move, der bisher ein bisschen Probleme macht. Weg mit dir. Ja, was willst du? Marine weg. Huch. Oh. Okay, okay. Der ist aber auch ein bisschen gut drauf heute. Ausgewicht, ne Wixer. Okay. Jetzt geht's aber... Also, jetzt geht's aber ab hier. Huch. Also, jetzt. Okay. Dann haben wir gerade zweimal dieselbe Idee. Wunderbar. Steining Munster. Komm, komm, komm. Ich muss auch wieder schneller sein. Dann kommen die nicht hinterher. Helbo. Was steht da? We won. Was? I forgot his sign, arme Sau. Get the haircut. Hey, Wixer. Kann ich das Match überhaupt gewinnen? Der ist so viel am Kontern, ey. Das ist fischig. Das ist sehr fischig. Ich frage, ist, trifft der Finisher von oben überhaupt? Trifft. Wunderbar. Ich weiß zwar nicht, wie sein Oberkörper aussieht, aber ich werde es gleich herausfinden. Gelb. Ja, ist ja wunderbar. Okay, ich muss einfach nur schneller sein, als er. Dann geht das. Boah, ich bin aber jetzt richtig schnell. Finisher. Ist ein bisschen involvierend. Das könnte schon gewesen sein, wenn er nicht trifft. Okay, reicht das schon, ist die Frage. Absolut nicht. Ach du Scheiße. Das wird jetzt nicht mal sein. Okay, er hat euch erst noch angeschaut. Äh, gelben Oberkörper. Da geht noch ein bisschen was. Bam. Bam, Standing Moonsault. Jetzt ein Elbow hinterher und dann sieht es schon gut aus. Flick. Finisher? Okay, dann mache ich halt von oben, ne. Ist mir aber egal. Flick. Okay, das hätten wir. Das könnte es gewesen sein. Ganz entspannte Sache, ja. Sehr gut. Arrive. Raise hell. Leave. Ankommen. Die Hölle ausbrechen lassen. Und wieder gehen. Kommt noch was nach dem Match? Uh oh. Lope. Ich habe eindeutig gewonnen. Manche Sequenzen passen wirklich nicht so gut zusammen. Das hätten sie besser machen können. Damals. Schade. Sehr viel Potenzial gehabt, das Spiel, ja. Ja. Von dem Spiel so ein Remake, ey. Heutige Technik, heutige Sequenzen. Oho. Was? Warum? Einige Tage. Okay, ja. Erholung kriegst du. Familiennotfall. Ja, dann verpiss dich doch. So, wer ist jetzt auf dem Power 25? Moment mal kurz, ganz oben. Nummer zwei bin ich. Okay, immerhin. In my heart every day to put this planet in my heart. Oh, warte. Was stand mit dem Magazin drin? Versetze so was der Berache. Eigentlich nicht. Naja. So. Something you have. Nochmal speichern. Und dann, äh. 84% Gesamtsfortschritt. Bin ja nutzt. Wir werden dann, äh. Wir warten, jetzt pro wir leben. Wir werden dann, äh. Oke. Vielen Dank.